Hallo und herzlich willkommen zu der Digitalwoche der ProRetina 2023. Mein Name ist Dario Madani, ich bin Vorstandsvorsitzender der ProRetina, bin 45 Jahre alt, selber vollblind, verheiratet, Vater von drei Kindern und würde euch und ihnen gerne ein bisschen über die ProRetina erzählen, was die ProRetina Deutschland macht und was die Digitalisierung für und mit der ProRetina Deutschland macht. Die ProRetina Deutschland ist 1976 gegründet worden und versteht sich als Brücke zwischen den Patienten mit degenerativen Netzhauterkrankungen und der Forschung und Wissenschaft. Die Digitalisierung ist für uns alle und gerade auch für uns Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung eine Chance und eine unglaublich große Herausforderung und wir möchten uns gerne als Informationspool verstehen, um Digitalisierung hörbar, sehbar, fühlbar und spürbar zu machen. Was bedeutet Digitalisierung für mich selber als vollblinden Menschen? Es gibt eine Reihe an Hilfsmitteln, die ich nutze. Mein Langstock ist ein analoges Hilfsmittel, ohne dass ich mich nicht bewegen würde draußen. Im Anschluss an den Langstock kommt mein iPhone als das Schweizer Messer unter den Hilfsmitteln. Das Vorlesen von Dokumenten, das Erkennen von Farben, das sind nur ein paar Dinge, die ich mit meinem Hosentaschenfreund immer und überall einsetzen kann. Digitalisierung ist der Schlüssel zur Welt. Ihr seid herzlich eingeladen dabei zu sein.